Und da bin ich auch wieder und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem kleinen Grusel-Abenteuer. Wir spielen White Day. Erst angefangen im letzten Part, so eine Zange haben wir gefunden. Der Alarm ist losgegangen, ja. White Day ist ein Gruselspiel für alle, die es jetzt eingeschaltet haben. Basiert auf einer koreanischen Geistergeschichte. Und ist 2001 rausgekommen für den PC, also ein ziemlich altes Spiel. Deshalb beeindruckt die Grafik natürlich auch überhaupt nicht. Ja, muss ich. Anscheinend müssen wir das Ding... Hä, habe ich das nicht genommen? Ne, jetzt erst. So. Hier können wir nicht rein. Wir müssen den Alarm ausstellen. Und das gelingt uns, denke ich mal... So, was ist denn hier? Das ist ein... Ein Stift. Okay, probieren wir. There is a paper. It contains names about construction. Maybe on first of lightning fixing work, unlike... There is white from the switchboard of machine room. One must have big construction. Bla, bla, bla. Äh, so. Die Leiter... Ach, die können wir mitnehmen. Die werden wir vielleicht auch wahrscheinlich brauchen. Denn wir müssen ja nach oben. Hier war das, glaube ich. Ja, genau. Auf die Leiter draufsteigen. Ich gebe zu, ich habe bis hierhin schon ein wenig gespielt. Aber ich musste ja testen, das Ganze. Und... Aber ab dem Schacht läuft das wirklich komplett blind. Das sage ich euch. Komplett blind. Where in Apple... Ja, anscheinend... Hier muss ich dann mit den... Ähm... Sagt schon, hier mit der... Ah, mir fällt der Begriff nicht ein. Mit der Schere da, mit der... Mit der Zange, genau. Mit der Zange. Muss ich da den... Das... Äh, Gitter wahrscheinlich irgendwie abmontieren. Und dann einsteigen. Und ab hier lief das Ganze blind. Aber... Äh, ich denke mal, so als schwer wird das nicht irgendwie einem Schacht zu folgen. So, hier ist dieser Raum. Oh. What the fuck? What the fuck? Er bringt ihn um. Okay. Äh, soeben ist vor unseren Augen irgendwie ein Mord passiert. Äh, sagt bloß nicht, das war der Hausmeister. Ähm, soll ich hier? You can't go forward because of, ja, wegen dem heißen, äh, okay, ne Katze, wir können wegen dem heißen Dampf natürlich dort nicht entlang, kann ich das aufmachen, nein, kann ich hier, das können wir, äh, okay, it seems to be connected with the hot stream, ja, einmal drehen bitte, um das Ganze auszumachen, aber ich denke, das war noch nicht alles, so, die Leitung ist komplett geschlossen, ist hier etwas zu gucken, nein, ähm, hier, wo befinden wir uns eigentlich gerade, weiß ich nicht so recht, da ist auf jeden Fall noch eine, äh, die ich an der Ecke drehen muss, anscheinend, ein Rädchen, was den heißen Dampf natürlich beruhigen sollte und stoppen sollte, so, dass wir problemlos durch können, ähm, mir hat diese Katze jetzt ein bisschen Angst gemacht, So, das ist der Maschinenraum und da hinten sehe ich auch, glaube ich, schon, ach, das waren vorhin die zwei roten Lichter von dem Maschinenraum, so, you removed, äh, so, das hier ist das, glaube ich, Can I see clearly, because it's, ja, weil es zu dunkel ist, alles klar, also machen wir schön an, Vader, ähm, der Alarm informs, dass, äh, Vader, irgendein Eindringlich ist hier anscheinend, also der Alarm wurde alarmiert, weil ein Eindringlich eben da ist, Eindringling, Gott, Ja, wie stoppe ich den, you have no intercept power supply to operate, äh, ja, hallo, ich will das, Ah, okay, off, oh, nee, Moment, ah, so, alles ausgeschaltet, endlich, Das habe ich aber nicht geöffnet, Äh, hä? Ähm, alles okay? Habe ich irgendwie Hallus oder so, oder war gerade eben hier alles noch verwüstet? Naja, whatever, oh, was ist denn das hier? Ein Schlüssel? Den nehmen wir mal? Like, very old home, ja, anscheinend zum Labor führt, ja? Wurde essen, das nehmen wir mal auch, The Amulet, which was picked up from the machine experimental room, The leather, the leather, the leather iron is embossed, anscheinend irgendwas aus Eisen, was eben aus dem Raum ist, so, das können wir, glaube ich, schließen? Wir sind ja nett, wir machen das schön zu, so, und wahrscheinlich kann ich mit dem Schlüssel jetzt, Äh, Moment, wie mache ich das Inventar noch, ich drücke die ganze Zeit E, ja? Ich will ins Inventar und drücke immer E, weil, von Minecraft und so, ne? Ich bin schon irgendwie doof, ähm, okay, Okay, it is locked by a lock, ja, schön, also muss ich anscheinend wieder, toll, die Schule befindet sich irgendwie am Arsch der Welt, It's a big box which seems to be useless, ähm, kann ich da irgendwie Springen? Kann ich, kann ich hier springen? Nein, ne? Ähm, ich würde aber gerne da wieder hoch, hallo? Ah! Wir sind in der Küche, so, und da habe ich auch vorhin schon was gesehen in der Küche, Gerade eben, besser gesagt, hat's geblunken, ja, ich sag mit Absicht geblunken, weil ich, ich sag nicht geblinkt, ich sag geblunken, ja, es hat hier geblunken, So, Moment, sind das Kippen? Blaue Kippen? What the fuck? Noch ein Stift, damit kann ich wahrscheinlich speichern, ähm, got the pain, Pan, Pan meine ich, nicht pain, what the fuck, Pan! Äh, mit dem Pan kann ich anscheinend gar nichts machen, Oder? Wie speichere ich überhaupt in dem Spiel? Ich weiß es nicht, ähm, eben, Wieder E! Fuck! Ich brauche wieder den Schlüssel, der ist hier, Um anscheinend das hier zu öffnen. Das ist not open, ne, Moment. Ähm, jetzt wird's aber wirklich Strange, da liegt noch etwas. Also, Paper. Oxygen Exercise Guide Running Running Improves Heart Excaus Ability Also, wenn man die ganze Zeit rennt, dann kackt man irgendwann ab mit der Lunge. Äh, and it's easy, and it is an easy, effective exercise that keeps good health. Ähm, irgendwie, ja. But you must take care when you run suddenly or extremely enough to exceed your physical strength. Also, wenn man zu viel rennt, dann muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, überstürzt oder sonstiges. In case when you have difficulty in breathing and dizziness for unstoppable running, you have better take a rest. Also, wenn ihr irgendwie schwindelig ist beim Rennen, oder jegliches, dann sollte man ein kurzes Päuschen einlegen, damit man sich nicht übernimmt. So. Ja. Mein Englisch. Gut. Äh, okay. Ähm. Ach, ah. So geht das also. Jetzt wird's Tag in Deutschland. Was gibt's hier? Äh, ja. Tell the Machine Laborator is strange, tell them more about. Nee. Wir wollen natürlich mehr über das Gebäude hier. Dieser eine interessiert mich nicht. Ich finde ich sowieso hübscher. Ich bin nicht mehr überwinden. 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 Ähm. Wie komm ich hier raus, oder wie kommst du hier raus? Wir kümmern uns natürlich mehr um die Frau, denn wir sind ein stolzer Gentleman. Ich bin hier. Bis wir uns hier kommen. Ach, sie hat einen Freund. Ach so, doch nicht. Dann kann ich dich ja GDZ klar machen. Okay. Anscheinend in die Halle müssen wir. Aber wie kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Äh, der Text ist manchmal so abgeschnitten. Und das ist natürlich nicht grad vorteilhaft. So, und Schlüssel haben wir nicht mehr, oder? Nee, den Schlüssel haben wir benutzt. Und. Schön. Schön, schön, schön. Worin geht's denn hier jetzt zur Halle? Kann ich mit der... Ja, beeil dich, sagt sie. Aber wohin? Ich denke mal... Ich nehme an, hier hin. Nein. Nein. Hm. Hier habe ich alles nachgeschaut. Auch? So, Moment. Irgendwie... Bin ich grad... Verwirrt. Kann ich hier raus? Nee. Die Schule schließt... Also die Tür...